Okay, der Bug ist so ein bisschen in der Wand. Das Problem ist, wir kommen noch nicht hin. Problem ist, wir kommen noch nicht hin. Der Bug, der hat ja irgendwie ein bisschen in der Wand. Und, ich weiß es doch auch nicht. Voll nutzlos, dieses Ding da. Da, da packen sie. Schon ein bisschen nutzlos. Monster Essence nehmen wir mit. Wer weiß, was wir nachher da geschenkt bekommen. Ich vermute mal vielleicht nur EXP, aber... Naja, dann sind es halt nur EXP. Schreien der Stärkung. Horde verlassen? Ne, da will ich ja gar nicht. Aber wir können trotzdem Q drücken. Massiv zusammengeschlagen. Sehr massiv zusammengeschlagen. Sehr gut. Achso, das ist jetzt schon das, was wir... Rein theoretisch haben wir jetzt alles geschafft. Sehe ich das richtig? Ja. Ja. Gut. Dann können wir ja eigentlich jetzt raus wieder aus diesem versteckten Hoard. Oder? Abstieg Ebene 2, oder? Wir gehen auf Ebene 2. Können wir auch machen. Hi! Schmied! Paul Schmied! Ja, äh, mach. Danke. Schreien der Stärkung nehmen wir mit. Tötet den versteckten Wächter. Das war nicht der versteckte Wächter. Die älserne Jungfrau, kücken wir uns an. Mann. Ich bin noch nicht geholfen. Naja, sammelt eure Belohnung ein. Ja, stimmt. Habe ich schon wieder vergessen. Kann aber auch böse zuschlagen. Richtig gut. Wir haben, glaube ich, noch den Schrein der Raserei in uns. Deswegen sind wir auch so unsagbar schnell mit ein. Rubin. Das waren bestimmt wieder alle Aufgaben. Ja, jetzt müssen wir nur noch den Torwächter töten. Oder den Wächter, oder was auch immer. Ja. 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 Ey, das hält er uns gar nicht. Erledigt. Erledigt. Danke, danke, danke. Gibt es noch ein Versteck, oder? Nö. Scheinbar nicht. Stufe 2 gibt es nicht mehr, aber wir haben alles abgeschlossen. Was kann ich tun? Neugierst du etwas zurück? Smeadon. Ja, unser anderer hat zwei Sockelplätze. Also ich glaube nicht, dass ich den behalten möchte dann. Nichts Neues? So fies. Ähm. Ja, dann können wir jetzt ja wirklich raus, ne? Versteck verlassen. Gut, das war... Relativ... ...einfach. In dieser Zone ist schon wieder ein versteckter Hort. Naja, wir haben ja gerade einen gefunden. Wenn er uns über den Weg läuft, dann horten wir den natürlich, aber auch nur, wenn wir den Hu hören. Diese Kultus sind die gleiche, die attackten Wartham. Sie müssen auch die Schade suchen. Dritte. Es gibt das, was Sie im Sinn sind. Es hilft, es hilft, es heilt die Kraft! Das ist ein Schade. Glockenzeichen. Ich habe was, was dein Herz will. Mein Herz will nur eine Sache. Und dein Precious Fragment ist sie. Entschuldige die Stöhne, oder die Hörnende Hellen werden diese Welt verletzt. Du, die Frau in Gründer. Wenn du so viel Macht hast, wirst du eine Stöhne nehmen, nicht zu fragen. Du hast deine Antwort. Mit der Stöhne, sogar Hellen kann sie nicht stoppen. Wir werden sehen. Ich habe nicht genug Energie. Also, die Wurlstone-Shard ist mit Lachrii. Die Röger und ich müssen zusammenarbeiten, um diese Macht zu tun. Die Zöne der Stöhne geöffnet auf und weitergehen. Und das Röger. Ich hoffe, das wird genug. Auf der Trockne, dann. langsame mich nicht so voll fies wenn die das machen immer noch nur zwei abgeschlossen die nachtheuler oder die 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 anderen dinger finde ich nur star monster essenz so die hat auch irgendeine essenz auf dem körper die mir ich gerade in ein wolf verwandelt oder soll das nur so aus so you're all right good for a moment there i feared the worst and with good reason the damn bloodsworn are giving us precious little time to waste still you were able to get the final component so not all is lost now this ritual will bridge my consciousness to the tree and the forest beyond this magic is chaotic ancient the kind that scars the soul can i count on your protection friend do what you must i will keep you safe there at the tree just as lock reset kill them okay hey mir hat entweder sehr viel leben oder das ist wirklich eigentlich relativ Oh, war schon. Okay, gut. War easy. War easy. Oh ja, das ist ein schöner Gürtel. Übertragen alles. The tree, it's guiding my sight. I see the darkness infecting this land. An evil that has vested in the deep places. It corrupts life. Feeds off it like a parasite. Hemlir, your face, it's... We have to stop this. Did I not warn this kind of magic scars? No, we cannot stop. The ritual awakened the power bound within the tree. It wants to be free. It will help us fight the corruption. For a price. You have your bargain, Inifus. Banish the corruption infecting this wood and its people, as promised. Ah, what's happening? It should have worked. It's inside me. Pulling the corruption out. Friend, you must destroy it. It can be purged. You will bleed. What? Are you trying to invite patience? It is done. Hemlir, bist du okay? Ist es vorbei? Es ist, aber es gibt keinen Grund für die Feier. Die Före wird nicht so schnell verraten. Nicht während der Herz der Korruption bleibt. Ich kann es jetzt sehen, Freund. Und es ist schrecklich zu sehen. Ein Blut siebt von der vergangenen Tauern. Auf ihren Rücken liegt eine Frau, in einem Poole mit verletzten Blut. Auf ihrer Nacken, eine röne Stau, schlägt mit einer Kraft, älter als die Welt selbst. Die Wälder, die mich anrufen. Sie erzählen mir von einer Abomination. Eine Röne Stau. Durch die Röne, die Röne schlägt mit ihr. Sie schlägt mit ihr. Sie muss es schlägt. Ich muss die Schwestern des Augen des Augen. Sie haben ihre Chance. Die Blut erzählen mir, eine Röge ist auf ihren Weg hier. Die Blut. Die Blut. Die Blut. Die Blut. Sie können nicht sterben. Und diese Korruption wird nie enden. Die Blut. Die Blut. Sie können nicht sterben. Sie können nicht sterben. Aber für jetzt. Hey, mir? Die Blut. Alter, Fenni muss er gleich in deiner Blutlache explodieren. Hätte er auch nicht ganz so episch explodieren können. Sprecht mit Flavi. Oh, Flavi kommt. Okay. Was ist das? Achso, ich denke mal, das sind Fähigkeiten von den anderen. Ja, aber ich gehe jetzt erstmal nochmal ganz kurz zurück in die Stadt. Hey, Flavi. Sag mal. Hey, doof oder was? Du bist ja wohl. Ich gehe mal ganz kurz in the Westmark. Da geben wir nämlich die Tagesaufgaben ab und dann machen wir erstmal Feierabend. Ich muss nämlich auch langsam was trinken. Ich habe hier wieder nichts da, weil ich nie was da habe. Naja, wir haben nicht alle Tagesaufgaben geschafft, aber macht ja nichts, oder? Mein Gott. Leif könnte B.R. böser sein. Tötet Gefallene. Ach, Mann. Hätten wir alles machen können. Abenteueraktivität freigeschalten. Ein Vorderhahn. Quests. Oh Gott. Öffne Schatztruhen. Achso. Achso, das ist okay. Ich sehe, was du meinst. Dann gehen wir uns jetzt nochmal den Battle Pass angucken. Auch wenn ich nie immer Ahnung habe, wie ich da überhaupt reinkomme. Dann können wir nämlich die drei Embleme einsammeln. Die Hilt und dann können wir nächstes Mal wieder ein Emblem ran machen. Oh, jetzt würden wir eigentlich das hier noch bekommen. Oh. Oh. Ach, doch, Kinder. Ach, doch, Kinder, den Lachs. Abenteueraktivität. Clan. Zum Teufel. Heldenvereinigung, Mitgliedern näher, naher, 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 naher Stufe. Ach, das ist jetzt der Clan, den ich erstellen kann. Ah, ja, okay, jetzt kann ich Clans erstellen. Ach, da, Ereignisse hast du das. Äh, Einforder, nee, da. Oh cool, nochmal drei Embleme, nehme ich natürlich mit. Neue Aufgaben im Dunkelwald, aber so weit sind wir noch nicht. Na gut. Die können wir uns jetzt holen, diese Fahrhune, aber... Habe ich da irgendwas von gerade? Da finde, hat das nicht. Folge Charsi zum Herausforderungsport. Naja, werden wir dann ja immer, immer mal wieder Guide-mäßig hingeschickt. Gut, ich verabschiede mich jetzt aber. Wir sehen uns, äh, beim nächsten Mal wieder. Ich werde wieder täglich so ein bisschen rein... ...hüppeln. Und, ähm, dann... ...dann gucken wir mal. Beziehungsweise rein theoretisch kann ich auch jetzt Abenteuer... ...Clan. Clan erstellen. So, jetzt können wir auch, ne? Team Work. Clan Nachricht. Äh. Ja. Oh, es kostet uns aber was. 3000 von, ich weiß nicht, Platin. Alter, 3000 Platin. Platin ist aber, ist aber teuer. Platin ist echt Geld. Guck mal, wenn wir jetzt 3000 Platin kaufen wollten, würden... ...tun. Währung? Ist das Platin? Ich bin... Ne, das ist das, das Platin. Ja, nein, ich will nicht. Nein. Entschuldigung. Hab mich verklickt. Nein, hau ab. 3000 Platin würden hier 5000 dieser Dinger kosten. Und 5000 der ewigen Kugeln würden... Alter, guck mal hier, ey. Ernsthaft? 50 Euro... Alter. Das ist... Das ist dür. Das wird 50 Euro kosten, wenn ich hier einen Clan machen will. Ja, nö, lass mal stecken. Na gut. Muss ja auch nicht sein. Wir brauchen keinen Clan. Wir wollen ja einfach nur ein bisschen die Geschichte durchspielen. Weil mich einfach nur die Story interessiert. Nach der Story ist ja sowieso Ende. Okay. Deswegen. Und Story können wir hier durchspielen. Ohne, dass wir Geld ausgeben. Gehe ich mal ganz stark von aus. Na gut. Ich bin jetzt aber raus. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Und ciao. Tschüss.